Pasta geht immer, vor allem wenn es schnell gehen muss. Aber damit man ein bisschen eine Abwechslung hinein bekommt in die Schinkenfleckerl und Pasta Carbonara und Pasta Bolognese, die eigentlich ziemlich zeitaufwendig ist, zeige ich euch heute ein super Rezept, das ganz simpel ist und ganz schnell geht, mit Erbsen und Prosciutto und ein bisschen Creme Fraiche und das geht in einer Pfanne und wir sind fertig. Legen wir los! So, was wir jetzt noch machen ist, einfach ein paar Prosciuttostreifen untermischen. 10 Minuten, ein perfektes Pasta-Tisch und ich habe mich nicht angepasst, das kommt wahrscheinlich jetzt. Also!